Seit über einer Woche verfolgen wir hier bei Wetter.net den Weg der großen Hitze von Nordafrika über Spanien, Portugal, Frankreich bis zu uns nach Deutschland. Und nun ist die Hitze bei uns in Deutschland angekommen. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Samstag hier bei Wetter.net. Ein heißes Wochenende ist das. Postet gerne mal eure aktuellen Temperaturen hier unter diesem Wettervideo. Morgen wird es nochmal sehr heiß von Ostdeutschland bis nach Südwestdeutschland. Dann gibt es aber nach Norden hin eine krasse Luftmassengrenze und das schauen wir uns alles hier in diesem Wettervideo an. Zunächst mal der Blick auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Samstag. Die sehr heißen Luftmassen sind von Nordafrika losgezogen über Spanien, Portugal, Frankreich und erreichen uns nun hier in Mitteleuropa. Zugleich sorgt dieses Tief hier für viel Sonnenschein. Wir lassen das Ganze mal laufen. Die Luftmassentemperaturen in 1500 Metern Höhe. Da kommt heute auch wieder Sahara-Staub mit zu uns nach Deutschland gezogen. Direkt aus Nordafrika kommt er zu uns und deswegen ist der Himmel heute Nachmittag teilweise so ein bisschen milchig oder trüb. Aber dann morgen kommen hier vom Nordwesten kühlere Luftmassen und die drängen dann zum Montag, Dienstag die ganz heißen Luftmassen langsam etwas aus Deutschland heraus. Aber die kühlen Luftmassen können sich erstmal nicht bis nach Süddeutschland durchsetzen. Wir blicken auf die Wetterlage heute Nachmittag. Besonders heiß in der Landesmitte im Osten, im Süden und Westen Temperaturen hier 32 bis knapp 37 Grad. Regional sind da vielleicht auch 38 Grad am Rhein nicht ganz ausgeschlossen. Angenehmer nach Norden hin bei Temperaturen um die 24 bis 28 Grad. Aber auch im Norden hier teilweise 29 oder knapp 30 Grad vereinzelt möglich. Dazu sehr viel Sonnenschein und es bleibt zunächst mal trocken. Aber in der kommenden Nacht, da ziehen im Norden Wolken vorbei. Die bringen teilweise Regen, Regenschauer hier und da mit Blitz und Donner. Die Temperaturen sinken dort auf 15 bis 12 Grad. Also relativ angenehm, aber nach Süden hin, da droht eine tropische Nacht. Das heißt, die Nachttemperaturen sinken nicht unter 20 Grad ab. Teilweise 22 bis 23 Grad am frühen Sonntagmorgen. Und dann kann schon wieder ordentlich eingeheizt werden. Von Südwestdeutschland bis nach Ostdeutschland und südlich davon sehr heiß. 34 bis 39 Grad. Deutlich kühler nach Norden hin. Hier kommt die Luftmassengrenze langsam herangezogen. Aus Nordwesteuropa wird es deutlich kühler. Im Norden gerade mal 15 bis 18 Grad. Aber ansonsten extreme Hitze. Und an der Luftmassengrenze kann es einzelne zum Teil kräftige Schauer und Gewitter geben. Wie stark die aber ausfallen werden, das ist noch ein bisschen unsicher. Und am Montag insgesamt kühler. Maximal noch so 17 bis 20 Grad direkt an den Küsten. Im Norden 22 bis 24 Grad und ansonsten 25 bis 30 Grad. Im Tagesverlauf gibt es einzelne Schauer und Gewitter. Und auch der Dienstag bleibt sehr freundlich. Viel Sonnenschein. Später im Südwesten einzelne Hitzegewitter. Im Norden Temperaturen meist um 22 Grad. Sonst 25 bis 33 Grad am Oberrhein. Es geht also wie schon seit Tagen erwartet auch nächste Woche sehr warm bis heiß weiter. Am Mittwoch Sommerwetter 22 bis 32 Grad. Wer angenehme Temperaturen sucht, der muss nach Norddeutschland reisen. Hier meist so um die 22 bis 24 Grad. Im Süden dagegen wieder sehr warm bis heiß. 28 bis 32 Grad. Der Donnerstag meist freundlich. Viel Sonnenschein. Erst zum Abend einzelne Wärmegewitter. Das Ganze bei 22 Grad an den Küsten und bis zu 33 Grad im Westen und im Süden des Landes. Wir blicken noch auf den Freitag. Insgesamt freundlich. Mal Sonne, mal Wolken. Das Ganze bei 22 bis 31 Grad. Also insgesamt deutlich angenehmer als heute am Samstag und eben morgen am Sonntag. Was wir dringend brauchen ist Regen, Regen, Regen. Wir sehen es hier an der Waldbrandgefahrenkarte für morgen Sonntag. Die höchste Warnstube 5 ist erreicht von Ostdeutschland rüber bis nach Südwestdeutschland und südlich davon. Stufe 4 bis 5 ist ja weit verbreitet erreicht. Im Norden etwas entspannter. Da gibt es in der kommenden Nacht ein bisschen Regen. Wie gesagt, hier maximal noch Stufe 1 bis 2. Aber ansonsten die höchste Wald- und Wiesenbrandgefahrenstufe in weiten Landesteilen. Ja und was macht der Regen? Wir schauen mal auf die Regensummen bis zum Dienstagabend nach dem deutschen Wettermodell. Da könnte was runterkommen. Hier und da zumindest. Aber der Niederschlag ist der am schwersten vorherzusagenste Parameter in der Meteorologie. Und der hat lokal große Unterschiede. Und deswegen ist das alles mit Vorsicht zu genießen. Wie gesagt, im Norden gibt es wohl Niederschläge. Hier können 20 bis 25 Liter Regen fallen. Aber im Rest des Landes große Unsicherheiten. Im Süden kaum Regen. Hier einmal bei der Mitte. Da könnten es 10 bis 15 Liter werden. Aber das Ganze mit einem großen Fragezeichen versehen. Wir schauen mal weiter auf die Regensummen bis zum Dienstagabend bei den Europäern. Und stellen fest, im Süden fast komplett trocken. Im Norden bis zu 20 Liter sind teilweise möglich. Aber auch hier in der Mitte so 10 bis 15 Liter Regen pro Quadratmeter. Wieder etwas anders bei den Amerikanern. Hier teilweise im Nordwesten komplett trocken. In der Mitte dagegen Niederschläge. 10 bis 20 Liter Regen. Aber hier dafür auch im Süden Niederschläge. Und im Norden sowieso. Also alle Wettermodelle sind sich einig. Im Norden wird es nass in der Nacht zum Sonntag hin. Aber ansonsten gibt es noch Unsicherheiten, wo denn eigentlich nennenswerter Niederschlag vom Himmel kommen könnte. Wir schauen auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe am Montag. Und wir sehen, die Kaltluft schafft es nicht, sich bis zu den Alpen vorzuarbeiten. Im süddeutschen Raum bleibt es warm. In den Alpen teilweise in 1500 Metern Höhe bis zu 21 Grad. Also Temperatursturz, Schneefall in den Alpen ist da nicht zu erwarten am Montag. Nach der Prognose der Amerikaner und auch die Europäer sehen das ähnlich. Es bleibt im Süden sehr warm in der Höhe 18 bis 19 Grad. Und wir blicken nochmal auf das deutsche Wettermodell. Auch hier relativ ähnlich das Ganze. Die kühlen Luftmassen hier im Norden, aber hier im Süden unterhalb der Luftmassengrenze sehr warm. Bis zu 18 Grad in 1500 Metern Höhe. Und zum Mittwoch, da wird es wieder ein bisschen durchmichter sein. Insgesamt mehr Wärme im Norden, aber die ganz große Wärme im Süden zieht sich langsam ein klein wenig zurück. Wir schauen auf die Ensemble-Prognose bis zum 4. Juli. Auf die Luftmassentemperatur im Norden in 1500 Metern Höhe. Es wird erstmal kühler, aber dann schon wieder wärmer. Wir bleiben dann einige Tage über dem Klimamittel drüber. Ab und zu gibt es Niederschläge. Und wir schauen nach Ostdeutschland auf die Temperaturen in 2 Metern Messhöhe. Über 30 bis 35 Grad an diesem Wochenende wird es kühler. Werte knapp über 20 Grad. Und dann bleiben wir meist so im Mittel um die 25 Grad. Einzelne Ausreißer bei 35 Grad. Aber nur ab und zu gibt es nennenswerte Niederschlagssignale. Wir schauen nach Süddeutschland auch hier bis zum 4. Juli auf die 2 Meter Temperatur. Aktuell 30 bis 35 Grad. Dann meist so um die 25 bis 27 Grad. Und hier könnte es ab dem 23. 24. Juni verstärkte Niederschläge geben. Wir schauen nach Westdeutschland. Hier wieder auf die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Auch da geht es erstmal runter. Die Luftmasse wird ausgetauscht. Aber dann schon wieder der nächste kleine Wärmeberg hier. Und dann bleiben wir meist über dem Klimamittel drüber. Also der ganz krasse Temperatursturz wird es wohl nicht werden. Aber auch die große Hitze, die zieht sich erstmal zurück. Das kann ich versprechen. Und dazu ab und zu mal ein paar Niederschlagssignale. Der Blick in die Landesmitte bis zum 4. Juli relativ ähnlich. Nach dem ganz großen Wärmeberg kommt der Absturz auf Normalwerte. Und dann kommt schon wieder der nächste Wärmeberg herangezogen. Und das Ganze mit einzelnen Schauern und Gewittern. Das war es vom Wetter am Samstag hier bei wetter.net. Tschüss, bis bald.